ja freunde und damit herzlich willkommen zu diesem neuen youtube video hier von meiner kleinen aber feinen dachterrasse hatten wir letztes wochenende fertiggestellt und ich wollte deshalb jetzt einmal nachgucken ob dann auch wirklich noch alles fest sitzt gerade mit dem solarpanel das war ein bisschen schwieriger aber das sieht alles gut aus und der wind sieht auch gut aus das heißt für uns jetzt ab nach frem auf für eine kleine session wir haben diesmal sogar ein filmer dabei denn ich bin gerade an der arbeit für eine kleine tutorial serie zum thema springen zum thema höher springen und da brauchen wir auf jeden fall ein paar aufnahmen deshalb ganz viel spaß mit dem video wir sehen uns gleich auf dem basau wieder ok also schuling ist ober und jetzt geht es an den spaßigen teil und auch super geil luft Egal. Einen muss ich machen. Einen Kalt-Loboarder heute. Zumindest probieren. Das Problem ist halt echt. Der Kalt-Loboarder ist echt so... Ich weiß es nicht. Ich fühle mich einfach nie sicher, den zu probieren. Ich habe den jetzt drei, vier Mal gestanden auf Kamera und ja auch einmal fast auf Kamera. Aber ich kriege ihn nicht konsistent rein. Ich kriege die Versuche nicht konsistent rein. Es ist immer wieder ein Auf und Ab. Man muss sich echt dann immer nur denken, jeder weitere Versuch bringt sich weit näher zum Ziel. Verdammt, ich hatte so harte Einstädte schon. Ja, nein. Ja, mal gucken. Vielleicht trau ich mich noch ein heute. Die Fähne Die Fähne Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.